Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber ich glaube nicht, ich halte es hier nur als Weiberzeugen, aber zum Glück. Willst du das Schlüssel haben? Wer? Wir. Ja. Ja. Was kostbar ist der Rosenkranz? Kostbar. Rosenkranz? Der hat Klinik erstellen. Ach nix. Ihr müsst das Geld so schade für. Wer kostet der was? Bei dem schon. Grundzeit oder auch Hilfe. Ach so. Die Arbeit? Ja. Die Arbeit geht natürlich vor. Aber die Drecksau, die weh! Ja genau, das kann Ihnen noch Ihr Glück sein. Aber das Ding, das gäbe Sachen, die in die Drecksau, die das haben Ihnen eingepflanzt. Ja, ja! Ja, ja! Was ist das Ding? Wir haben einen Handel hier. Was ist das Ding? Ja, naja. Ja, naja! Ja! Das müssen sie dir direkt sauber aus Witzboschern, kapiert? Noch mehr. Aber jetzt ist vor allem ein Auftrag von dir doch. Was rettet du das nicht? Noch mehr. Oh, äh, sieh mal! Ja, die Kirschebeck muss wieder allein! Ich weiß nicht. Die ist nicht so. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Aber ich muss ja nicht machen, die Mülle. Oh, das ist so geschütz. Oh, das ist mir ja. Ah! Die Mülle hat frisst. Secken was ein und zwei mehr, kapiert? Heiraten dürfen es auch nicht im Auftrag von dir. Ja! Und in die jäschlichen Dienste dürfen Sachen immer heitreten, wenn sie das gemacht haben. Darum! Und es muss gebeten werden! Warum? 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 In den Kirchen! Und in den Familien! In die jäschlichen Dienste! Oh, das ist doch nicht da, ich habe ja nichts mehr da, oder? Der ist ja gefruchtet. Du, der ist auch wieder. Schlaufe, ja? Nein! Ich bin der Rost. Ich bin der Dritte im Bunde. Schlaufe, ja? Schlaufe, ja? So. Sie müssen mit in die Scheißkassette. Und zwar mit allen, so der Scheiß. Können wir auch in den Witzwusch gehen. Und dann? Und dann? Dann muss er den Deutsch bekannt geben. Bitte? Wie, 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 wie? Das Wasser soll er schreiten. Hüttenwort? Ah. Prüsterkonferenz. Prüsterkonferenz. Wenn Sie es gerne haben. Prüsterkonferenz. So, dass an die meisten Leute rankommt. Verbeet! Noch mehr. Oh, als Maul. Noch mehr. Wie soll er am Maul halten? Noch mehr. Noch mehr. Die Schwester müsse ihn ja in der Wartenskleidung gehen. Noch mehr. Nein. Noch mehr. Noch mehr. Oh, als Maul. Oh, als Maul. Du hast den Papstmuskel ausgelassen. Oh, als Maul. Noch mehr. Oh, als Maul. Oh, als Maul. Wenn wir gehen an Pfarrer, die müssen wieder auf der Kanzelbredigungsabmisch gehen. Oh, als Maul. 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 Du musst alles sagen, was du mir zu sagen hast, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Die Mutter Gottes wird dich dazu zwingen, im Namen Jesu und im Namen Maria, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Das ist die Abtreibung des Sehnes und des Heiligen Geistes, Amen. Sage alles, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Und zwar, egal ab welchen Monat abgetrieben wird, so. Das wissen wir alle. Du hast noch nicht alles gesagt. Du musst jetzt alles sagen. Und zwar, dass die Dine, die Embryos, nicht zu allen Schaumgottes gelangen sind, so. Hä? Sage die Wahrheit. Ja! Ich weiß nicht, dass er auch gesehen ist. Wo kommen die Embryos hin, die nicht zu allen Schaumgottes gelangen sind? Nicht in die Hölle. Nein. Wohin?